Hallo, Münzer Oliver ist mein Name vom Laufsport Münzer. Ich bin der Inhaber der Firma. Unser Unternehmen gibt es jetzt schon 15 Jahre in der Innenstadt von Villach, in Herzung von Villach. Vor 15 Jahren habe ich die Idee gehabt, ein Laufsportgeschäft zu eröffnen hier. Wir haben uns spezialisiert darauf Läufer zu beraten und Läuferinnen. Eben eine professionelle Beratung anzubieten von Läufer zu Läufer, um ihnen zu helfen bei ihren Problemen und vor allem um ihnen zu helfen den richtigen Schuh zu finden. Dazu haben wir ein paar Hilfsmittel auch schon da. Wir haben seit 15 Jahren arbeiten wir mit Videoanalysen, also mit Laufbandanalyse. Wir schauen uns aber vorher genau den Fuß an, damit man sagen kann, welcher Typ ist der Läufer oder die Läuferin, um ihm da wirklich professionell zu helfen und geben ihm dann aber auch noch Tipps, wie er sich verbessern kann beim Laufen, damit eigentlich ein Rundum-Sorglos-Paket für ihn geschnürt wird und er eine Freude hat bei dem, was er gerne macht.